Guten Abend, herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank, vielen Dank, danke, merci, danke vielmals, vielen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank für den Applaus, er ist gerechtfertigt. Ja, wussten Sie übrigens, dass Paare, die über zehn Jahre verheiratet sind, nur noch fünf Minuten am Tag miteinander reden, mein Tipp, redet eine Stunde am Stück, dann habt ihr zwölf Tage frei. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern über die Nebenwirkungen von Pillen und Zäpfchen. Meine Damen und Herren, ein Referat von Dr. Hugo I. Weiss. Bonsoir, mesdames et messieurs, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Je m'appelle Dr. Dr. Hugo I. Weiss. Weiss wie der Schnee und ist er gelb. Sollten Sie ihn nicht essen. Sie merken, Humeur ist eine sehr wichtige Angelegenheit pour moi. Et pourquoi bin ich auch eine kleine Scherzkeks? En français, un biscuit d'Humeur. Ich arbeite seit zwölf Jahren in die Verarschung, in die Verarschung, in die Forschung für die Pharmakonzern La Rochelle. Ich arbeite aber nicht nur in die Verarschung, in die Forschung, sondern aber in den letzten zehn Jahren auch als Testperson Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschlügt. Ich möchte Ihnen meine kurze Referat belegen und beweisen, dass die übertriebene Kritik, insbesondere was die Nebenwirkungen von Pillen und Beland, von der schreienden, schreienden, von der schreibenden Presse total übertrieben, aus der Luft gestopft und aus dem Boden gegriffen. Ui! Hi! Ist! Hi! Schie, Merz, Turkel, Scheißen, Dreck! Es ist nicht wahr, dass wir den Ärzten Ferienreisen bezahlen, nur um sie so zu manipulieren, dass sie unsere Produkte kaufen und es ist nicht wahr, dass ein Drittel aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt, zumindest nicht reich und das macht mich wüten, 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 schier, nervig, totkühlig, heißer. Wir von La Rocheaux sind kreativ und geben ihren Leiden einen Sinn. Wir wollen ihr Leben mit neuen und unbekannten Krankheiten bereichern, Schmerzen können auf Freude machen und Schmerzen halten sie auf Trab und deshalb erfinden wir immer wieder neue Krankheiten wie Hypertraktivität, Penisnei, Potenzstörungen und ganz, ganz schlimm, die Schwangerschaft. Wir ertragen es einfach nicht, mit ansehen zu müssen, wenn sie nicht merken, woran sie nicht leiden. Sicher wollen sie von mir hören, was ich in den letzten 10 Jahren als Testperson an Pillili und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschmückt habe. Also ich habe Pillili gegen Kopf-, Alts- und Ohrenschmerzen, gegen Migräne, Moräne, Arthritis und Bronchitis, geschmückt, geschmückt, habe Impfungen an mir machen lassen gegen Malaria, Himalaya, Hochfuß, Zentfuß, Mittelfuß, Bleifuß, Düffuß, Mumpf und Forelleblau nach Müllerinnenart. Et le Resultat? Le Resultat? Ich bin immer noch voll in Schiss und leide bis dato an keinen nennenswerten Nebenwirkungen. Im Gegenteil, ich fühle mich jung wie ein ... ein Beispiel, Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich, dass man heutzutage die uns allgemein bekannte und lästige Grippe mit Essig-Schökeli und Zwiebel-Wickeli ausrotten, vernichten und bekämpfen kann? Moi pas, non et pourquoi? Weil ihr zuerst mit einer genauen Analyse feststellen müssen, um welchen der Zick Zick Zicke 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 Heu 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 Zicke Heu Tausenden Gripen es sich ondelt, ondelt es sich um die Vogelgrippe Oder müssen wir der eiligen Grippe von Bethlehem den Kopf ansorgen? In ihrem Magen erst Krieg und in ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden Tolstoi, Schiemer, Troutkühl, Scheißen, Triné, Plum. L'Ivo la France, moi un soleil, oh, 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 oh. Also, was ist zu tun, qu'est-ce qu'il faut faire? Wir gehen gegen diese Viren, gegen diese Bakterien, gegen diese Arschlöcher mit einem gezielten militärischen Präzisionsangriff vor, mit einem Zangenangriff, eine Pille, die von oben und eine Zäpfel, die von unten. En France, un Torpede de Troutkühl. Wird die grippale Invasion eingekreist und angekesselt und in einer zweiten Phase attackiert, ausrangiert, gemördert und divierteilt. Und dann können Sie Ihre beschissene SX-Ukalibie-Zwiebel-Mikkely dorthin stecken, wo Sie wollen. Aber ich garantiere Ihnen, es hat kein Platz. Et encore une fois. Merci. Et encore une fois. Et encore une fois la presse. Die Presse. Wir wissen, wer diese schmutzige Kompagne gegen uns führt. Es sind diese alternaiven, äh, diese alternativen Mediziner, sprich diese Osteopathen, diese Esoteriker und diese ganze schwule Gesindel von Homopathen, nur weil wir eine Arschlücke, eine Arschlücke gefunden haben. Und nochmals, ich verwahre mich für jeden Angriff, dass billengefährliche Nebenwirkungen haben und zum Tode führen, und dann, äh, okay, sie können, merci beaucoup, grüß. Und dann, äh, okay. Und dann, äh, okay. Und dann, äh, okay. Und dann, äh, okay. Und dann, äh.